Was sind die verschiedenen Arten von orthopädischen Spezialitäten? Orthopädie ist die Untersuchung des Bewegungsapparates des Körpers, DH der Knochen, Gelenke und Muskeln. Ein Arzt, der sich auf diese Disziplin spezialisiert hat, behandelt jeden Teil des Systems, der Fortbewegungsfähigkeiten bietet. Einige Spezialisten konzentrieren sich auf Beine oder Arme, während andere Füße und Knöchel, Hüften, Knie, Hände und Handgelenke sowie Schultern und Ellbogen behandeln. Einige orthopädische Ärzte führen nur Wirbelsäulenchirurgie durch, während andere im weiteren Bereich der Sportmedizin tätig sind. In diesen Bereichen können sich Ärzte auf eine bestimmte Kategorie von Patienten wie Kinder oder Trauma beschränken. Ein Orthopäde kann ein allgemeines Interesse an einer gesamten Extremität haben. Muskeloberationen durchführen, wird jedoch alle Knochen, Gelenk- oder Muskeloberationen am Bein durchführen. Der Arzt kann feststellen, dass er eine zusammengesetzte Fraktur repariert, DH wo ein gebrochener Knochen durch die Haut bricht, und dann einen dislozierten Hüftfall handhabt. Ebenso behandeln einige Orthopäden Beschwerden des gesamten Armes von der Schulter bis zu den Fingern. Es ist jedoch üblicher, dass orthopädische Spezialitäten einen engeren Fokus auf Arme und Beine haben. Die häufigsten orthopädischen Spezialitäten für die Beine sind zwischen Knien und Hüften sowie Füssen und Knöcheln aufgeteilt. Bei den Armen konzentrieren sich Ärzte gewöhnlich auf Hände und Handgelenke oder Schultern und Ellbogen. Orthopäden haben möglicherweise nur einen begrenzten Einfluss auf einen Bereich, in dem sie nur Gelenkersatz durchführen. Beispielsweise wird ein Orthopäde, der auf Knie und Hüften spezialisiert ist, diese Gelenke ersetzen, es jedoch ablehnen, Patienten mit gerissenen Muskeln um die Hüfte oder das Knie zu sehen. Andere orthopädische Ärzte konzentrieren sich auf den gesamten Bewegungsapparat, behandeln aber nur Sportler, diese Spezialität wird als Sportmedizin bezeichnet. Diese Ärzte behandeln die häufigsten gebrochenen Knochen, Zerrungen, Verstauchungen und Muskelbeschwerden, an denen Sportler leiden. Dieses Feld konzentriert sich nicht nur auf die Reparatur von Schäden, sondern minimiert die Ausfallzeiten des Athleten. Die sportmedizinische Orthopäde kann von Ärzten, die sich um Sportler der Oberstufe oder des Colleges kümmern, bis zu Spezialisten reichen, die komplexe chirurgische Eingriffe an Profisportlern durchführen. Das Angebot an orthopädischen Spezialitäten erstreckt sich auf die Wirbelsäule. Die Wirbelsäulenorthopädie behandelt im Allgemeinen alle dort auftretenden Beschwerden von Bandscheibenproblemen bis hin zum Druck auf den Akkord. Chirurgen im Fachgebiet führen Operationen wie Wirbelsäulenfusion, Bandscheibenersatz und Frakturreparatur durch. In diesen vielen Bereichen orthopädischer Spezialgebiete behandeln manche Ärzte ausschließlich bestimmte Patiententypen. Beispielsweise kann ein Kinderorthopäde nur Kinder mit Knieverletzungen oder mit Wirbelsäulenproblemen behandeln. Orthopäden können sich auch auf Traumafälle spezialisieren. Diese Ärzte führen dieselben Operationen wie ihre Kollegen durch, sind aber für die Behandlung von Patienten geschult, die möglicherweise an mehreren lebensbedrohlichen Verletzungen leiden.